Livestreams machen den Journalismus besser, ist das meist getwitterte Zitat, glaube ich, von meinem Auftritt da eben. Warum? Weil wir den Zuschauer sehr viel zielgenauer beliefern können, weil wir die Interessen des Zuschauers, die Fragen, die er hat, live sehen und zwar auf dem Empfangs- und Sendegerät, was wir vor uns haben, nämlich dem Handy. Wir kommen so direkt mit dem Zuschauer in Kontakt wie nie zuvor. Dagegen würde ich mich auch verwehren, weil es ein bisschen so eine abwertende Haltung gegenüber Leuten zum Ausdruck bringt, die nicht so professionell senden, wie vielleicht Fernsehleute, Rundfunkleute, wie auch immer. Ich glaube, dass wir eher lernen müssen von den Leuten, die gar nicht so professionell im technischen Bereich sind, die aber trotzdem sehr hohe Reichweiten haben. Denn irgendwas machen die ja richtig, sonst hätten sie nicht so viele Follower, Likes, Views, wo auch immer.